Liebe Fußballfreunde und hier ist die Mannschaftenausstellung unseres VfA Bovazia und sie wird Ihnen lieber präsentiert vom Eichbaum Apostelfreund. Trainer Steven Jones begegnet in folgender Felsung. Im Tor unsere Nummer 1 Tim Paterak mit der 3 Marco Metzger. Die 5 Benjamin Maas, mit der 6 Patrick Aurara, unsere Nummer 8 Sandro Löschelt. Die 9 Alba Atschak, mit der 11. Kursier Elis Abiti, die 17 Benjamin Kühnl, und die 19 Erdbe Similarly, Muriel Christoph, mit der 20 Heaven Kühnl, und die 20 der Kuh Abiti, die 20 der Kuh Abiti, mit der nächsten Stem bereit, die 20 erfunden sind, 18, Elan, 21, Sebastian Schnitt, 24, Nick Himmelers, 25, Mohamed Tahiri, 28, Fatih Göksal und für das Tor wieder Nummer 32, Timo Buttigieg.